Hallo, mein Name ist Thomas Kummerer. Ich bin Physiotherapeut am Klinikum Fürth und seit 20 Jahren am Klinikum Fürth angestellt. Ab heute möchte ich euch einmal wöchentlich mit einer kurzen Videosequenz versorgen. Diese beinhaltet jeweils ca. 4 Übungen, welche ihr im Alltag ganz leicht umsetzen könnt, ohne großartige Hilfsmittel. Und besonderes Augenmerk lege ich bei den Übungen auf die aus physiotherapeutischer Sicht gesehene korrekte Ausführung. Und deshalb erkläre ich euch die Übungen auch bis ins kleinste Detail, dass ihr sie auch zu Hause korrekt ausführen könnt. Die heutigen Übungen, die ich mit euch machen möchte, beziehen sich auf die Ganzkörperstabilität. Als Utensil braucht ihr eigentlich für die heutigen Übung nichts weiter als einen einfachen Bürostuhl. Und zwar stellt ihr euch den einfach mal so bereit, dass die Sitzfläche ganz normal nach vorne zeigt. Ihr geht erstmal in den Handschritt und stellt ein Fuß nach dem anderen auf die Sitzfläche vom Bürostuhl. Bei der Handflächestellung schaut ihr bitte darauf, dass ihr jeweils die Handfläche unter dem Schultergelenk ist und die Zehenspitzen aufgestellt. Ihr schaut bitte auch darauf, dass der Bauch fest ist, der Po angespannt und vor allem, dass das Becken nicht durchhängt. Deshalb müsst ihr den Bauch fest anspannen. Genau. Jetzt versucht ihr, die Knie nach vorne zu ziehen und achtet bitte darauf, dass ihr nicht nach links oder nach rechts ausweicht, sondern dass es einheitlich die Knie nach vorne gehen und wieder aussteigen und wieder darauf achten, dass das Becken nicht durchhängt. Bauch fest machen, Po anspanne und Knie nach vorne ziehen. Das Ganze wiederholen ihr ungefähr acht bis zwölf Mal und danach nicht abrupt runtersacken lassen, sondern ein Fuß nach dem anderen abstellen. Genau. Die nächste Übung ist wahrscheinlich vielen bekannt, bei einigen wahrscheinlich auch etwas unbeliebt, aber aufgrund der Effektivität möchte ich sie trotzdem mit ins Programm mit aufnehmen. Und zwar ist es der Gelenk bzw. der Ellbogen-Unterarmstütz. Bei der Ausübung her, achtet ihr bitte darauf, dass der Ellbogen senkrecht unter dem Schultergelenk steht und die Unterarme schulterbreit auf dem Boden abgelegen werden. Ihr stellt die Zehenspitzen auf, Handflächen ganz entspannt am Boden ablegen und ihr achtet bitte darauf, auch hier wieder, dass das Becken nicht Richtung Boden nach unten sackt. Ihr spannt euren Bauch fest an, Po fest machen und den Kopf in Verlängerung zur Halswirbelsäule gerade halten. Genau. Diese Übung ändere ich jetzt noch etwas ab, also dass es keine rein statische Übung ist, sondern auch etwas Aktivität reinkommt. Und zwar möchte ich, dass ihr euch mit der Handfläche eben abwechselnd aufstützt und wieder runter in den Plank geht, in den Unterarmstütz. Und hoch und ab. Und das Ganze auch acht bis zwölf Mal wiederholen. Und jedes Mal, wenn ihr unten am Plank seid, im Unterarmstütz, wieder darauf achten, dass das Becken nicht nach unten durchsackt. Genau. Die nächste Übung, die ich euch jetzt zeige, bezieht sich auf die Beckenselektivität beziehungsweise auch auf die Mobilität von der Wirbelsäule. Und zwar Ausgangsposition ist erstmal die Rückenlage. Ihr legt die Hände beziehungsweise die Arme ganz entspannt neben dem Rumpf ab. Kopf wird abgelegt. Beine beziehungsweise Füße stellt ihr ziemlich nah ans Gesäß an. Und zwar, ihr startet mit dem Becken. Und zwar versucht ihr, um das Ganze mal zu veranschaulichen, versucht ihr das Schambein Richtung Nasenspitze zu ziehen. Damit startet ihr. Ihr zieht das Becken nach oben, Schambein Richtung Nasenspitze und versucht langsam Wirbel für Wirbel nach oben in die Brücke zu kommen. Oben angekommen, versucht ihr den Po fest anzuspannen. Oben ungefähr 5 bis 10 Sekunden verharren. Und dann langsam Wirbel für Wirbel wieder nach unten. Und ganz zum Schluss das Becken wieder zurückkippen. Das Ganze könnt ihr noch etwas erschweren, indem ihr die Unterstützungsfläche verkleinert. Und zwar verschwemmt ihr die Arme auf den Brustkorb. Damit habt ihr eine kleinere Unterstützungsfläche und somit müsst ihr schon wieder mehr stabilisieren. Ihr fangt wieder an. Schambein Richtung Nasenspitze. Hebt das Becken langsam an. Kommt Wirbel für Wirbel nach oben in die Brücke. Oben angekommen. Po fest anspannen. 5 bis 10 Sekunden verharren. Und dann langsam Wirbel für Wirbel wieder nach unten. Und ganz zum Schluss das Becken wieder zurückkippen. Jawohl. Die nächste Übung, die ich euch zeige, ist von der Ausgangsposition ähnlich wie die vorhergehenden Übungen. Ihr geht ganz normal in die Rückenlage. Handflächen legt ihr neben eurem Rücken ab. Füße bzw. Knie sind angestellt. Ihr startet wieder mit der Übung mit Schambein Richtung Nasenspitze ziehen. Kippt das Becken. Schambein Richtung Nasenspitze. Geht mit dem Becken langsam nach oben. Wirbel für Wirbel nach oben in die Brücke. Dann hebt ihr einen Arm nach dem anderen ab. Fingerspitzen zeigen Richtung Decke. Handflächen zeigen zueinander. Und ihr beginnt mit schnellen, kurzen Hackbewegungen. Bitte darauf achten, dass die Hackbewegungen nicht aus dem Ellbogen oder aus dem Handgelenk kommen. Handgelenk, Ellbogengelenk bleibt steif. Und ihr macht die schnellen, kurzen Hackbewegungen nur aus dem Schultergelenk heraus. Auch bitte darauf achten, dass das Becken fest ist, Po ist angespannt, Bauch ist angespannt. Dass die Wirbelsäule stabil ist. Und 10 bis 15 Sekunden schnelle, kurze Hackbewegungen aus dem Schultergelenk heraus. Wenn die Zeit vorbei ist, einen Arm nach dem anderen neben dem Rumpf wieder ablegen. Und ihr senkt das Becken wieder langsam ab, Wirbel für Wirbel bis zum Schluss. Und ganz zum Schluss das Becken mit der Ausatmung wieder zurückkippen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bleiben Sie gesund. Ihr Thomas Kummerer vom Klinikum Fürth.